Untold Country Stories von und mit Karen McDon. Der Podcast für mehr Country-Music im deutschsprachigen Raum. Was wollen uns die Songwriter sagen? Und wie kriegen wir den Staub von der Country-Music bei uns? Alles das und noch viel mehr Geschichten rund um die Musik, die ich so liebe. Ja, und wenn man den Jingle hört, weiß man natürlich, man ist schon wieder mittendrin in der neuesten Folge Untold Country Stories von und mit Karen McDon. Mein Name ist Karen McDon und natürlich bin ich heute wieder nicht allein, sondern habe mir ein österreichisches Allround-Talent zur Seite geholt. Sie ist Vollblut-Amazone, Kabarettistin, Schauspielerin, Sängerin, Musical-Darstellerin, Autorin, Dancing-Stars-Gewinnerin und Moderatorin. Wer hätte gedacht, dass sie auch Country-Music mag? Sie ist außerdem bekennende Ausdruckrichin und zwar meine Lieblings-Ausdruckrichin. Das alleine garantiert schon eine lustige Episode. Herzlich willkommen, Caroline Hatanasiadis. Hallo, danke für diese tolle Ankündigung. Was du alles bist eigentlich, oder? Ja, unglaublich. Wenn man das so hört, denkt man sich, hä, was redet die da? Wann schlafe ich eigentlich, denkst du dir? Genau. Aber es geht sich aus. Du bist ja Mama auch noch nebenbei. Mama, genau, hat noch gefehlt, aber das ist ja kein Beruf oder doch. Du hast ein Buch darüber geschrieben. Das stimmt. Aber Autorin hast du ja eh gesagt. Caro, viele kennen dich vom Kabarett und noch mehr dann durch Dancing-Stars. Du bist aber auch immer schon eine leidenschaftliche Sängerin gewesen. Wie hat dein Weg auf die Bühne überhaupt begonnen? Sehr früh, lustigerweise. Meine Mutter hat gesagt, sie hat mich ganz früh ins Tanzen gesteckt, weil sie es nicht ausgehalten hat, wie ich immer auf der Straße herumgehüpft bin. Ja, und so habe ich mit Tanzen begonnen. Und irgendwann, also ich habe auch gesungen und so, und ich wollte schon ganz früh Gesangsunterricht nehmen, aber da haben mir alle gesagt, das geht nicht, mit sechs oder sieben kann man nicht wirklich Gesangsunterricht nehmen. Und ich habe halt einfach gesungen, weißt du, wie man es so macht mit der Haarbürste vorm Spiegel. Das habe ich leidenschaftlich gemacht, habe halt Popstars nachgeahmt und habe auch, das ist nicht sehr lustig, ich habe so auf Kassette damals aufgenommen und habe dann zweistimmig drüber gesungen. Also ich habe dann das laufen lassen, ich habe dann so meine Stimme so auf Kassette aufgenommen und dann das abgespielt und dann so zweistimmig gesungen. Das weiß ich noch, wie ich das gemacht habe. Wirklich? Ja, das war wirklich lustig. Da habe ich zum Beispiel dieses Row, Row, Row your boat gently down the stream, genau, habe dann halt das gesungen oder habe dann auch dieses Und da habe ich dann halt immer so versucht, die zweiten Stimmen dazu zu singen. Wirklich? Du warst quasi einen YouTube-Star, bevor es YouTube gab? Ja, genau. Das gab es noch nicht. Ich war vor meiner Zeit. Voraus deiner Zeit. Okay, und du hast dann aber eine Ausbildung gemacht? Genau. Ich habe dann Musical studiert. Zuerst habe ich es probiert bei den Performing Arts Centers, da wurde ich dann aufgenommen. Da habe ich aber ehrlicherweise den Vertrag nicht unterschrieben, weil das war so ein Knebelvertrag. Da habe ich mir gedacht, das kann es irgendwie auch nicht sein. Im Gegensatz zu mir, weil ich habe ihn unterschrieben. Ja, ich habe dann riskiert, muss ich ehrlich sagen, und habe am Konzertorium der Stadt Wien die Aufnahmeprüfung gemacht, die aber später war und habe es aber Gott sei Dank geschafft und bin dann dort reingekommen und habe dort noch die Auswahl gehabt, ob ich drei oder vier Jahre mache, weil bei mir war genau diese Umstellung, also früher waren es drei Jahre, und dann konnte man aber vier Jahre auch studieren. Ich habe dann drei Jahre plus sozusagen studiert, das letzte Jahr dann nur mehr die Stunden besucht, die ich wollte und habe nach vier Jahren dann die Diplomprüfung gemacht. Mit Auszeichnung bestanden damals, schon lange her. Meiner Meinung nach völlig zu Recht. Danke. Talent kann man zwar oft nicht bewerten oder in einer Summe bewerten, aber ich sage einmal, das Outcome, sagt man so? Ja. Das Outcome, ja. Das, was rausgekommt. Ja. Jetzt immer noch, nämlich kann man sich schon ausschauen, finde ich persönlich. Wann genau ist dann nach der Musical-Ausbildung die Idee gekommen, Kabarett zu machen? Das ist irgendwie passiert, weil die Idee hatte ich nie. Okay. Also es war nie so jetzt Kabarett, sondern ich habe der Gudrun eben meiner Zweiten geholfen, mit einer Freundin zusammen ein Stück auf die Bühne zu stellen. Also die haben irgendwas gemacht und die Michaela Riddelschlosser hat das geschrieben damals, die eben jetzt auch noch unsere Autorin ist und mit der ich auch immer noch sehr viel zusammenarbeite und zusammenschreibe eben sehr viel und habe denen die Choreografie gemacht für ihr Stück, das sie machen wollten. Und irgendwann ist dann ihre Zweite ausgefallen. Und dann hat sie gesagt, ma Caro hat mich angefangen, hat sich das Bein gebrochen, kannst du bitte einspringen? Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ja, keine Ahnung, ja, die Choreos kann ich, die Lieder, ja, okay, dann springe ich halt ein und habe innerhalb von, ich glaube, von vier Tagen habe ich eine einstündige Show einfach, ja, einstudiert, auf die Bühne gebracht und dann hat er gesagt, das könnte man eigentlich öfter machen. Und so ist das dann entstanden, weil ich dann gesagt habe, gut, die Show ist zwar nett, aber könnte man es vielleicht lustiger machen, weil es sind ein paar Sachen lustig, aber es ist so eine Liedershow, die unterhaltsam ist, können wir es irgendwie absichtlich lustig machen. Und dann haben wir es irgendwie so, wir wollten eigentlich ein lustiges Unterhaltungstheater machen. Also ein Musical zum Lachen sozusagen. Nur das ist halt dann irgendwann Musikkabarett rausgeworden. Das heißt, es war nicht so, dass irgendwer zu dir gesagt hat, ma Caro, du bist so lustig, du darfst Kabarettistin werden. Nein, es war auch nicht unabsichtlich lustig, sondern wir haben gesagt, wir machen es einfach öfter absichtlich lustig. Und dann haben wir eben gesagt, na gut, dann machen wir es ganz professionell, holen wir uns jemanden, der Regie macht, der Kostüm macht, Grafik, also versuchen wir es mal so richtig professionell aufzustellen. Und das haben wir dann im Endeffekt gemacht und wir haben eineinhalb Jahre wirklich nichts uns rausgenommen. Wir haben daneben noch andere Sachen gearbeitet. Wir haben wirklich auf jedem Zeltfest, Geburtstagsfest vor zehn Leuten oder 250 Leuten oder was auch immer gespielt, haben alles gemacht, sind überall hingefahren, haben uns wirklich kein Geld rausgenommen, weil wir alles rein investiert haben. Und wir haben uns eigentlich ein Jahr gegeben und gesagt, ein Jahr machen wir das und wenn es nichts wird, dann können wir immer noch was anderes tun. Aus dem einen Jahr sind eineinhalb geworden, aber da ist die Welle schon losgegangen. Da haben wir schon gemerkt, okay, puh, ja, es geht. Es ist von selber gegangen, bis wir es dann nicht mehr geschafft haben alleine, dann haben wir unser Management nehmen müssen, weil wir einfach das mit dem Booking nicht mehr, also wir haben die ganzen Termine nicht mehr auf die Reihe gekriegt, weil es war dann halt kreuz und quer. Wir haben gesagt, wir brauchen jemanden, der das irgendwie kanalisiert, dass wir nicht vom Westen in den Osten und in zwei Tagen wieder in den Westen fahren und so. Ein Tourmanager quasi. Genau. Was wir jetzt nicht erwähnt haben, ist, dass das die Kernöl-Amazonen sind. Genau, da sind die Kernöl-Amazonen. Das heißt du und die Gudrun. Genau, Gudrun, Nicodem Eichengard und ich, wir stehen auf der Bühne zusammen mit einem Pianisten und schreiben dort die Michaela Riedl-Schlosser zusammen mit uns. Aber sie ist diejenige, die das sozusagen kanalisiert, unsere Wahnsinnsideen und Gedanken. Wann war das? Wie lange ist das jetzt her? Wir haben 2025 unser 20-jähriges Jubiläum. Nein. Ja, wenn ich das so sage, schockt es mich ein bisschen. So alt bist du noch gar nicht. Ja genau, stimmt eigentlich. Ich habe als Baby begonnen. Mit 28. Mit 8 quasi hast du dein erstes Kabarettprogramm gespielt. Ich kann mich erinnern, als ich euch das erste Mal gesehen habe. Das war nämlich nicht auf einer Theaterbühne, sondern bei einer Hochzeit von einem lieben Schauspielkollegen von uns beiden. Echt? Oh Gott. Da war es ja sozusagen die lustige Einlage. Das Geschenk. Und zwar war das damals auf der Hochzeitsfeier, nämlich nicht während der Trauung, Gott sei Dank, sondern auf der Hochzeitsfeier und zwar in Ebrechstorf am Golfplatz. Oh Gott. Kannst du dich erinnern? Bei Martin Oberhauser und der Heidi Pfaffenbichler. Pfaffenbichler, genau. Genau, das stimmt. Und das kann höchstens, weiß ich nicht, drei, vier Jahre her sein. Ja genau, zöger. Gefühlt. Ja, das war damals. Das kann mich sehr gut erinnern. Und es war extrem lustig. Es war eine schöne Hochzeit auch. Viele Kollegen von der Bühne waren dort auch zu Gast und so. Es war echt eine schöne Feier. Du hast ja immer sehr viel gearbeitet. Also ich habe mich immer gefragt, wie du das machst und wo du deine Energie hernimmst. Und hattest, so wie wir alle, die wir auf der Bühne stehen, trotzdem auch deine Stehzeiten oder Tiefschläge. Ich meine, Kernel-Amazonen klingt ja jetzt nach einer Erfolgsgeschichte, aber das war ja, glaube ich, nicht immer so. Und wenn man deine Karriere jetzt heute verfolgt, kann man sich das ja gar nicht vorstellen, dass Caroline Athanasialis einmal joblos war. Ja, sicher. Wie wichtig waren denn diese vielen kleinen Schritte, auch diese Tiefs, um deinen Erfolg heute zu verarbeiten oder zu bearbeiten? Ich finde, das ist ganz wichtig und das klingt so deppert, wenn man das sagt, aber wenn du nur Erfolg hast die ganze Zeit, dann erstens, glaube ich, weiß man das nicht zu schätzen. Und zweitens, wenn dann mal ein Tiefschlag kommt und er kommt immer, selbst Madonna oder Michael Jackson oder ich weiß nicht, die ganzen großen Stars, jeder hat Tiefschläge. Und ich glaube, wenn du zu schnell, zu viel Erfolg hast, dann kannst du dich so richtig runterziehen und dann kannst du auch so richtig zerbrechen an dem Ganzen. Das merkt man halt bei, ich meine, das ist das typische Beispiel, also diese Kinderstars, die es dann irgendwie nicht schaffen oder wenn es jemand bei den diversen Fernsehshows schafft, Castingshows, und dann plötzlich ganz oben ist und wenn der Hype vorbei ist, ist kein Publikum da. Und das blieb mir halt erspart, weil wenn du, du spielst und spielst und dann hast du mal ein Engagement, dann hast du mal keins, dann musst du halt schauen, wo du bleibst, musst schauen, wie du deine Miete zahlst oder wie du dir Essen kaufst und machst halt dazwischen irgendwelche anderen Jobs, ist ja überhaupt kein Problem. Und ich erinnere mich, dass ich, da habe ich eine Wohnung gehabt im neunten Bezirk und ich habe gewusst, ich habe so meine Fixkosten, also ich habe mein Auto gehabt und meine Wohnung, weil das Auto habe ich gebraucht aufgrund meiner beruflichen Sachen und ich habe gewusst, so, das geht sich jetzt nicht wirklich aus und habe dann halt so Telefonjobs gemacht oder ich habe gefragt, ob ich so Caterings machen kann, so Tagesjobs, um mir halt irgendwie den Lebensunterhalt leisten zu können. Und dann gehst du halt mal zu Mama und Papa essen oder irgendwie sowas, also das ist schon gegangen. Aber es war auf der anderen Seite nicht schlimm, weil du trotzdem, also wenn man weiß, was man will, dann bleibst du ja auch dran. Und ich habe gewusst, das liegt jetzt nicht daran, dass ich schlecht bin oder dass ich nicht, sondern manchmal ist es ja auch so, dass du Jobs hast, die enden im April und der nächste geht aber erst im Juli wieder weiter. Und dazwischen geht sich genau der eine Job nicht aus, weil da hättest du vorher zwei Wochen schon Zeit haben müssen und so. Das ist ja in unserem Beruf ja auch wirklich manchmal sehr ärgerlich. Aber dann ist es halt so. Und ich habe auch nie, ich war ein einziges Mal beim AMS, einmal, weil ich einen Monat genau sowas hatte. Ich hatte ein Engagement, war ich angestellt, dann habe ich einen Monat nichts und dann war ich weiter angestellt nach einem Monat. Und dann bin ich hingegangen und habe gesehen, wie mühsam das eigentlich ist und habe mir gedacht, okay, dieses Monat, das werde ich schon irgendwie um die Ecke kriegen, das schaffe ich irgendwie und war dann nie wieder beim AMS. Ich habe dazwischen, wenn ich schon gemerkt habe, ich habe vor Pausen, habe ich mich vorher schon gekümmert, dass ich irgendwas machen kann. Aber das war mir einfach, also ich habe einfach immer geschaut, dass ich irgendwas arbeite. Und mir ist es auch wurscht. Ich habe auch während der Pandemie gesagt, es ist mir doch egal, dann gehe ich halt in den Supermarkt und schlichte Regale ein. Das habe ich auch schon gemacht. Also es ist mir egal. Das ist mir wirklich wurscht. Aber ich finde, das prägt einen dann und du kannst den Erfolg viel besser genießen. Und das Lustige ist halt, dass viele mich jetzt erst kennengelernt haben und keine Ahnung haben, dass ich da schon seit eigentlich 30 Jahren mindestens in dem Job tätig bin. Und das ist immer nur die Spitze des Eisbergs. Ich werde nie vergessen. Das ist, glaube ich, eine meiner prägendsten oder rührendsten Erinnerungen, die ich habe. Ich habe gemacht dieses Meine großen Zehen. Das waren nur so ein paar fünf Folgen oder sowas. Ich habe es gesehen damals. Und da war die Dagmar Koller zu Besuch. Und die ist auch ein großer Musicalstar gewesen. Und sie war dort eben und hat mich gesehen und kannte mich nicht. Sie hat mich gefragt, ja, was ich so mache. Und dann habe ich erzählt, ich habe Musical studiert und habe das und das. Und dann hat sie gesagt, ohne mich zu kennen, hat sie gesagt, wenn du jetzt hier bist und das hier moderierst, dann hast du sicher schon sehr, sehr viele Jahre hinter dir, die keiner sieht. Deshalb hast du deinen Erfolg sicher verdient. Und ich war so baff, wenn das die große Dagmar Koller sagt. Wirklich, ich war so baff, weil sie gesagt hat, ja, das ist immer so. Die Leute sehen immer nur die Spitze des Eisberges, aber nicht, was dahinter steckt. Und mich hat das wirklich fasziniert. Ich habe mir gedacht, wow. Weil wahrscheinlich bei ihr war das auch so. Ich meine, die hat ja auch jahrelang im Theater, bevor sie dann eine Grand Dame geworden ist. Du wirst ja nicht geboren als Diva oder als große Schauspielerin. Das wirst du nicht. Also das bist du nicht, sondern du wirst es. Ja, also die wenigsten. Es gibt natürlich welche, die werden reingeboren in eine Künstlerfamilie, wie die Herbigers oder die Romy Schneider zum Beispiel damals. Aber man merkt halt schon auch, dass da ein ganz anderer Druck von Anfang an da ist, als wenn man quasi, so wie du und ich, wir haben beide keinen künstlerischen Background. Also unsere Familien haben ganz normale Jobs oder unsere Eltern haben ganz normale Jobs gearbeitet. Wir haben uns das wirklich erarbeitet. Ja, sicher. Natürlich. Und gerade als Frauen, glaube ich, neigen wir dann auch gerne dazu. Wir haben ja auch abseits des Mikrofons vor einigen Jahren schon einmal darüber gesprochen, dass wir unser Licht gerne unter den Scheffel stellen. Ja, Wahnsinn. Und dass ja gar nicht so wichtig ist, was wir tun und gar nicht so viel wert ist. Ist eh okay. Ja, es ist eh okay. Ja, genau, stimmt. Dass wir das nicht schaffen, ich versuche es immer wieder zu ändern. Dann, aber das stimmt. Ich habe lange gebraucht, um zu sagen, na, das passt, dass ich hier bin. Es ist okay, dass ich das mache. Und ja, ich kann das. Aber es ist dann immer noch, oh Gott, jetzt habe ich es gesagt. Bin ich jetzt überheblich? Bin ich jetzt überheblich? Das ist unfassbar, wirklich. Aber machen sich Männer diese Gedanken nicht? Weniger. Ich glaube nicht nicht. Ich glaube, das ist gemein zu sagen. Aber ich glaube weniger. Da überzeugend bin ich. Und deshalb versuche ich auch oft, mir dieses männliche Gehen anzueignen. Dieses einfach zu sein. Und es so zu nehmen, wie es ist. Anzunehmen. Ja, das versuche ich wirklich absichtlich manchmal auszuleben. Es ist eine tolle Gabe, die die Männer haben. Das finde ich ganz toll eigentlich an ihnen. Und ich finde, da sollten wir uns was abschauen. Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe mir in vielen Situationen gedacht, ich hätte jetzt gerne die Coolness des einen oder anderen männlichen Kollegen. Das denke ich mir immer. Na gut. In der Kabarett-Szene hast du in Österreich ja vor allem männliche Vorbilder, muss man sagen, weil die Szene einfach dominiert war von Männern. Ist das wahr, ist falsch. Nein, es schießen jetzt schon auch immer wieder Mädels nach, oder? Ja, immer wieder. Aber man sieht sie halt nicht. Also ich kenne sie schon, die Kolleginnen. Und freue mich auch, wenn jemand wirklich da seinen Weg geht. Aber es ist sowieso schwierig, Fuß zu fassen. Aber als Frau ist es doppelt, dreimal, viermal so schwer, Fuß zu fassen. Weil immer noch dieses Saying, dieses Frauen sind nicht lustig. Das ist doch noch so. Das wollte ich nicht gerade sagen. Ich komme nach der Vorstellung, dass ich für das, dass so Frauen sind, sind sie aber eh ganz lustig. Da denke ich mir immer, ja okay, danke, aber warum ist das so? Ich habe mir dann gedacht, warum ist das in den Köpfen der Menschen so? Weil es gab einfach, wenn man die letzten 20 Jahre Fernsehen, 30 Jahre, sich das Fernsehen ansieht, da gab es fast nur Männer. Also wirklich, also ausschließlich Männer, da ist irgendwo mal eine Frau, die in der Nebenrolle oder die Pointengeberin war. Da gibt es keine richtigen Role Models. Das gibt es nicht. Die Nadia Malé ist da noch eine oder die Dolores Schmiedinger, die dann mit ihrem Programm SM für so einen Aufreger gesorgt hat, dass sie einfach vom ORF boykottiert wurde und nirgendwo mehr genommen wurde, weil das halt so arg war. Nur sie war ihrer Zeit einfach 20 Jahre voraus. Und da sieht man halt so, dass Frauen durften nicht alles, dürfen immer noch nicht alles. Weil es sich nicht schickt. Ja, es schickt sich nicht. Dagegen kämpfen wir immer noch an. Und wenn ich, das habe ich mal ausprobiert, wenn ich genau dasselbe sage, wie der Nirwarani, genau dasselbe, wortwörtlich, sind die Leute empört, wenn er da sagt, legen sie am Boden. Das ist ein Phänomen, das mich echt aufregt. Und das ist nicht so, weil da, natürlich gibt es auch, das Äußere muss zusammenpassen, also es muss authentisch sein. Aber das, was er da gesagt hat, habe ich auch genau so, also würde ich auch genau so sagen, ich würde nichts auf der Bühne sagen, was ich nicht wirklich meine. Aber es ist trotzdem so, dass dann, oh, so, weißt du, oh, 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 was hat sie jetzt gesagt, wow, und so. Und beim Nirwarani liegen sie einfach am Boden, da fragt überhaupt keiner nach. Und das ist wirklich faszinierend. Oder traurig. Je nachdem, wie man es sieht. Und da ist noch viel Arbeit zu leisten. Ja. Also ich kenne diese Aussage auch, die ist nicht lustig. Jetzt nicht auf dich bezogen, sondern auf eine, egal welche Kabarettist. Fauen, wurscht, es muss ja nicht nur Kabarettist sein. Du bist einfach, du bist eine Frau, du bist nicht lustig. Genau. Und ich war auch total schockiert, dass ich das das erste Mal wirklich gehört habe. Witzigerweise kommt das aber eher von Männern, weil Frauen sagen, naja, ich habe es jetzt schon lustig gefunden. Ja. Aber ich glaube einfach, dass dieser, also Humor-Comedy resultiert ja quasi aus dem Scheitern, oder? Ja, natürlich. Des Protagonisten. So ist es. Und natürlich finden Frauen das Scheitern einer Frau lustiger, weil sie sich selbst eher finden als ein Mann, oder? Ja, das kann auch sein. Ist das... Ich weiß nicht, ich glaube für, also eine Frau muss ja, das kennen wir aus dem Alltag, das kennt jede Frau, eine Frau muss viel mehr als ein Mann. Eine Frau muss einfach, also es muss, sollte schön sein, sollte aber auch fleißig sein, sollte arbeiten, sollte sich aber auch gut für die Kinder, also um die Kinder kümmern, intelligent sein. Aber auch nicht zu intelligent, weißt du, das ist dann auch nicht immer besserwisserisch. Sie sollte gut im Bett sein, sollte gut kochen können, sie sollte Autofahren können, damit sie die Kinder kutieren kann. Sie muss alles organisieren, den Kalender, die Kindergeburtstage basteln, sollte sie können, ja. Sollte aber für den Mann halt auch noch irgendwie da sein, ja. Und das sind, wo ich sage, das kann nicht funktionieren. Das ist ein bisschen viel. Und natürlich ist als Frau, du bist halt ein Ideal, du solltest irgendwie ein Ideal widerspiegeln, das es halt nicht gibt, dass uns Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende einoktroyiert wurde. Und die Männer, die sollen halt dafür sorgen, dass das Geld nach Hause kommt, aus. Wirklich jetzt, aus, das ist es. Sie sollen die Familie beschützen, wenn einer kommt und ihn auf die Fresse hauen, falls sich irgendjemand was tut. Das sind die Dinge, die übrig geblieben sind aus dem Mittelalter, ja, so kommt man vor, aus dem Mittelalter, aus der Steinzeit. Und wir kämpfen halt dagegen an. Deshalb ist es mir halt auch wichtig, ich habe zwei Söhne, dass ich denen auch sage, hey, so nicht. Ja, das sehe ich auch so, also diese Entwicklung, die nehme ich auch wahr. Und ich kenne ja deine Söhne beide und sie sind ja, ich habe damals gesagt, sind Soldaten. Weil wenn die Mama Nein sagt, dann gibt es auch keine Widerrede. Das hat mich sehr fasziniert. Auch damals, weil der Oskar war damals der Kleinere, war damals vier oder so, kannte die Uhr bereits perfekt. Lauter so Sachen, wo ich mir gedacht habe, aber warum, habe ich ihn gefragt, warum kennst du die Uhr schon? Ja, weil ich das wissen muss, damit ich weiß, wann ich fernsehen kann. Und das war für ihn so logisch, wo ich mir gedacht habe, wo kommt diese Logik bei einem Vierjährigen her? Ja, natürlich ist sie anerzogen, also sie ist ihm vermittelt worden. Und das finde ich so toll, an dem Erziehungsstil, den du und deinem Mann auch da wirklich durchziehen. Weil deine Kinder echt genau das haben, was ich so, so wichtig finde, nämlich Wurzeln und Flügel. Okay, also die Möglichkeit, alles schaffen zu können, alles haben zu können, wenn ich aber, und da sind wir bei den Wurzeln, dafür auch was tue. Genau, so ist es, ganz wichtig. Großartige Sache. Und da tut man ihnen auch nicht weh. Ich glaube auch, Grenzen sind schon wichtig für Kinder. Die Kinder brauchen die Grenzen, sie probieren es ja aus und müssen wissen, bis dahin geht es und nicht weiter. Ich glaube, man tut ihnen nichts Gutes, wenn man sie nur lässt, weil sie dann nicht wissen, woran sie sind. Also sie brauchen ein Gerüst, in dem sie klettern können, aber das Gerüst muss da sein. Sehe ich auch so. Das ist ein wunderschönes Bild. Gehen wir zurück zu deiner Erfolgsstory oder generell deinem Karriereweg. Du hast es vorhin ja gesagt, man sieht ja immer nur die Spitze des Eisberges. In diesen Zeiten, wo du vielleicht nicht gut gebucht warst oder an dir selbst auch als Künstlerin gezweifelt hast, die waren sicher auch dabei. Ja. Ich kenne das ja auch von mir. Wie sehr war da Musik ein Anker für dich? Immer. Also ich kann ohne Musik nicht leben. Also für mich ist das, auch das Erste, wenn ich ins Auto einsteige, ist Musik. Also sei es mal Radio, wenn ich mich manchmal wirklich nicht entscheiden kann, dann lasse ich mich auch vom Radio berieseln. Und da ist es aber auch unterschiedlich. Also da gibt es nicht einen Radiosender, den ich höre. Da kommt es darauf an, wie ich drauf bin. Also das ist wirklich von Ö1, Klassik, Radio Wien, Ö3, Energy, 8.86, da ist wirklich alles dabei. Du hast jetzt Radio Niederösterreich nicht gesagt. Radio Niederösterreich natürlich auch. Das kommt davon, wenn ich in Niederösterreich bin. Das ist mein, also Radio Niederösterreich, das ist mein Fluch und mein Segen. Weil wie ich 16 war oder in der Oberstufe, sagen wir so, bin ich jeden Tag mit der Mama in die Schule gefahren. Also wir hatten denselben quasi Arbeitsweg. Sie musste in die Arbeit, ich in die Schule und bin halt mitgefahren. Und es lief jeden Morgen Radio Niederösterreich. Ich kannte alle Schlager dieser Zeit auswendig. Aha, geil. Ich wusste nicht einmal, was für drei ist. Oder Oma Kratki. Meine Schulkollegen haben davon dann erzählt in der Klasse und ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich war quasi völlig hinten. Das werfe ich meiner Mutter bis heute auch vor. Du hast mich damals nicht nur drei hören. Ich war total unhip, aber ich kannte Country-Songs und Schlager. Und irgendwie ist aber, das ist so in mir drinnen, dass ich immer noch gern Radio Niederösterreich höre. Du, das glaube ich. Das glaube ich voll. Also ich höre auch voll gern Radio Wien, muss ich dir ehrlich sagen. Das holt mich total runter. Und vor allem, ich mag auch diese Kindersendung, die zwei mit Rolf Rüdiger und Dinger. Ich liebe das. Ich mag das wirklich. Also ja, und auch diese alten Lieder, manchmal habe ich wirklich so Bock drauf. Das versetzt mich in eine andere Zeit und auch in eine andere Stimmung. Also ich finde, es gibt für jede Stimmung eben die richtige Musik. Deshalb kann ich auch nicht sagen, ich höre das. Weil das ist einfach nicht so. Ich habe wirklich jede Musikrichtung. Also es gibt ganz, ganz wenige, die ich ausnehme. Früher war es Reggae, den ich nicht so gern gehört habe. Aber jetzt gibt es auch ein paar Reggae-Songs, die ich ganz toll finde. Also ich kann wirklich nicht mehr sagen. Ist das bei dir auch so? Also ich gehe jetzt von mir aus. Ich bin zum Beispiel kein Nebenbei-Musikhörer, außer im Auto, weil mich Musik total ablenkt. Also wenn ich jetzt irgendwas arbeite, mich konzentrieren muss, das war auch in der Schule schon so, konnte ich keine Musik laufen lassen, weil sobald es lief, war ich im Text beim Sänger. Im Text, ja, voll. Ich muss auch mal mitsingen. Was will der sagen? Kann ich das in meine Welt drehen, diesen Text? Also ich habe beides. Ich habe damals gelernt, eigentlich immer nur mit Musik im Hintergrund. Und mir fällt sofort ein, Céline Dion, das Dö, ihre ganz ersten Platten, die habe ich immer reinen gehabt im Hintergrund und ich gelernt habe. Und ich habe mich oft davon ablenken lassen. Aber ich habe auch auf der anderen Seite nicht ohne lernen können. Also ich habe das immer im Hintergrund oder ich habe den Fernseherlaufen gehabt auch. Also ich war so eine Berieselungslernerin. Ja, Fernseher geht, aber sobald Musik da ist, will ich wissen, wer singt das? Nein, meistens habe ich mir das eh eingelegt, also dann weiß ich eben, wer das ist. Aber ich habe sehr oft oder meistens höre ich Musik beim Kochen oder sowas. Oder wenn ich putze und aufräume. Weil da kann ich richtig mitsingen und da tanze ich auch im, also ich bin wirklich die, ich tanze durch die Wohnung und mein Kind sagt dann, wenn sie mich mal sieht, Mama, du bist so verrückt. Oh Gott, Gott sei Dank sieht das keiner. Mama, du bist so wahnsinnig. Du bist wirklich die mit dem größten Vogel. Da liegt das voll in der Küche. Aber das ist so. Also insofern, glaube ich, bin ich da sehr ähnlich bei dir, weil ich da auch voll abgehe. Ja, voll. Gibt es da auch Country-Songs, an die du denkst oder war ein Country dabei? Islands in the Stream. Okay, ein Popklassiker. Ich bin ein alter Dolly Parton-Fan. Islands in the Stream, gut, dass du das sagst, ist zwar von zwei Country-Sängern gesungen worden. Aber es ist ein Poplied. Es ist ein Pop-Song. Weißt du, was es geschrieben hat? Nicht Dolly Parton. Nein, die Beaches. Also die Beaches, ja doch, doch, weil das weiß ich sogar, weil es war eine, bei Rock Around the Clock, immer so, zu Silvester gibt es ja immer so einfach 24-Stunden-Konzerte und dazwischen aber auch so Dokumentationen über diverse Bands werden gezeigt. Und da waren Beaches und da haben sie das gezeigt. Und ich habe mir gedacht, ach so, schau, das ist von denen ja, wie arg ist das denn? Aber ich glaube, das war so meine erste Begegnung mit Dolly Parton. Und ich fand Dolly Parton halt so cool, damals. Und dann habe ich halt ein paar Lieder von ihr auch so. Also ich habe sie dann, weil ich fand irgendwie ihre Stimme, auf der einen Seite habe ich mir gedacht, Schrecklich, oder? Schrecklich. So eine Hassliebe. Ja. Aber auf der anderen Seite konnte ich dann auch nicht weghören. Also es war irgendwie so, wie du sagst, Hassliebe ist eigentlich ganz gut. Ja. Bei mir war es genauso. Immer. Ja. Immer. Bei mir kommt aber dazu, muss ich sagen, ich weiß nicht warum. Und das liegt vermutlich daran, dass meine Mutter dunkelhaarig ist. Mir sind dunkelhaarige Frauen immer lieber gewesen als Kind als Blondinen. Also okay. Ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass die Mama dunkelhaarig war. Ja, es kann sein, ja. Und Frauen einfach deswegen dunkelhaarig zu sein hatten. In meinem kindlichen Vorstellungs-Dings. Das war zum Beispiel auch spannend. Ich liebte Marilyn Monroe als Kind schon, aber Blondinen bevorzugt, der Film mit Jane Russell, war Jane Russell meine Heldin und nicht Marilyn Monroe. Obwohl der Film mir Blondinen bevorzugt heißt. Also ich glaube, dass das auch der Grund war, warum Tollipaten dann plus ihre Stimme, die auch für mich eine Hassliebe war, warum die so ein bisschen durchgefallen ist und warum ich nicht ihre Songs singen wollte. Aber so wie du sagst, man konnte nicht mehr kennen. Also meine Mutter hat ein paar TDs gehabt von ihr, die halt dann so gelaufen sind. Aber das war so meine erste Begegnung, wo ich mir gedacht habe, dass sie eigentlich Country-Sängerin ist. Aber wie gesagt, das war das erste Lied. Islands in the Stream, that is what we are. Und ich habe das immer als Kind ganz anders verstanden. Ich habe nicht Islands in the Stream, ich habe das D, keine Ahnung, irgendwas verstanden. Und ja, dadurch habe ich dann diese Country-Lieder gehört, die Tollipaten-Lieder. Das war für mich, für mich war deshalb Country, ganz lange, das war für mich Country. Das ist ganz lustig, weil es durch sie geprägt war. Weil sie es geprägt hat, ja. Aber sie ist ja auch eine, die einfach seit 50 Jahren bei uns im Radio auch immer wieder gespielt wird. Jolene hatte letztes Jahr den 50. Geburtstag. Aber sie ist auch eine großartige Songwriterin, das muss man jetzt einmal sagen. Also Stimme hin oder her, aber die hat ja unglaubliche Lieder geschrieben. Ja, ich meine, von I will always love you. Und Jolene, das war ja auch hintereinander, die hat ja das rausgefetzt, diese Lieder. Das ist ja unpackbar eigentlich. Als Frau in der damaligen Zeit, als Blontine, die einfach nur schön war. Das war ja eine Frau in den 60er, 70er Jahren, hat eine Frau nur schön zu sein. Und ja, die hat ihren Weg einfach großartig gemacht. Und, finde ich, ganz, ganz vielen Frauen in der Country-Szene den Weg geübt. Ja, das stimmt. Wir werden sie auch nicht wieder zu betonen. Jede der Damen, die jetzt auf der Bühne Erfolg haben in der Country-Szene, betonen das immer wieder, dass Dolly Parton einfach maßgeblich am Ebenen des Weges beteiligt war. Lass uns kurz über die Zeit reden, wo für uns darstellende Künstler die Welt einmal kurz stillgestanden ist. Also eigentlich für alle, aber für uns Künstler länger kommt mir vor als für die anderen, nämlich die Covid-Zeit. Du hast damals deine Quarantäne-Lieder erfunden sozusagen und hast sie jeden Abend um 19 Uhr, 18 Uhr, an deinem Fenster zu Hause zum Besten gegeben und den Menschen in den Pflegeberufen applaudiert, so wie das ja viele zu der Zeit gemacht haben. Und das hast du aber wirklich eine geraume Zeit gemacht. Ich habe das in jedem Lockdown gemacht. Also sobald Lockdown war, habe ich das gemacht, auch nur Teil Lockdown. Also immer wenn es dann aus war, der Lockdown, habe ich dann aufgehört. Also es war immer, und das waren halt über 155 Mal, auch im, also zu Weihnachten auch. Dann habe ich halt dann angefangen, Weihnachtslieder umzutexten. Und mir gedacht, gut, sehr gut, brauche ich ein neues Thema. In Italien ist dieses Video viral gegangen, wo Leute auf den Balkonen gestanden sind und Musik gemacht haben. Also aus ihren Balkonen raus sind irgendwelche Leute halt mit ihren Instrumenten und haben halt Musik gemacht und haben halt um 18 Uhr so ein Lebenszeichen eben an das Pflegepersonal gegeben. Das kam ja aus Italien, weil es ja dort so schlimm war, Norditalien. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist aber irgendwie nett. Also das kann ich auch machen, Musik und so. Und dann habe ich das gemacht, so etwas mit dem Corona-Lied. Das war das allererste, was ich gemacht habe. Und zwar war das eine Parodie oder ein Cover zu Marina. Genau. Genau, Corona, Corona, Corona habe ich dann gesungen. Und das war der erste, also das war kurz bevor der Lockdown begonnen hat eben, wie sich das schon abgezeichnet hat, ob es geheißen hat, ab morgen ist Lockdown. Da war ich noch mit der Michi Riedl zusammen, weil er mich gearbeitet hat. Und das war ein Sonntag, das weiß ich noch. Und da haben wir uns mit den Familien getroffen gehabt. Und haben so gesagt, so im Sinne von, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich könnte es da mitmachen. Dann haben wir das gemacht und dann haben wir das eh, wie ich gerade nicht mehr gesehen habe, da waren ja alle im Lockdown. Da habe ich das gemacht und habe dann am Montag, als dieser Lockdown war, mich ans Fenster gesetzt und habe einfach geklatscht. Und habe aber nicht nur geklatscht, sondern habe halt, ich kenne es jetzt, danke für diesen guten Morgen, danke. Aber da habe ich halt das, habe ich, danke an die Ärzte, an die Dinge, also habe ich das kurz umgedextet. Das war ja wirklich, das war eigentlich nur ein Spaß. Und dann weiß ich, schreibt die Sandra Pires drunter, boah, das ist total super, dass du das jetzt jeden Tag machst. Und ich habe mir gedacht, habe ich das gesagt? Ich habe das nicht gesagt, dass ich das, ah, okay, ich muss jetzt jeden Tag, okay. Und dann habe ich mir gedacht, jeden Tag klatschen, ja, okay, dann kann ich mich hinsetzen und klatschen. Aber die hat er so, nein, das ist ja toll. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist so super. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kann ich jeden Tag ein Lied umtexten oder wie oder was. Also eigentlich die Sandra Pires Schulz, habe ich eh schon mal gesagt, dass ich das gemacht habe, dass ich dann jeden Tag ein Lied hergenommen habe und das zur Situation des Tages umgetextet habe. Also wenn es nichts Spezielles gab, wie es halt der Tagesablauf so ist, oder dass man halt permanent Alkohol trinkt, oder wenn der Postler kommt, dass das schon total super ist, oder die Politiker wieder irgendwas gesagt haben. Das habe ich halt dann gemacht. Und dann ist es so, hat sich das irgendwie, also ist das richtig groß geworden. Ja, und das haben ganz viele, lustigerweise, die immer noch nach den Vorstellungen kommen. Das fasziniert mich. Und sagen, wow, damals, das war mein einziger Lichtblick um 18 Uhr. Ich habe mich so gefreut, weil ich war allein zu Hause und das hat mich immer so aufgemuntert. Und da denke ich mir, wow, weil ich habe es ja nicht mitgekriegt. Weil ich bin ja nur vor dem Handy gesessen. Naja, klar. Also das hat mich dann schon massiv gefreut. Ja, also das heißt, es hat sich ausgezahlt, dass du diese viele Zeit und Energie da hineingesteckt hast. Ja, es war viel Energie. Mein Mann hat mich dazwischen fast umbringen wollen, so Peter, heute schon wieder, du bist wieder so gestresst. Manchmal, weißt du, um 16 Uhr, was singe ich um 18 Uhr? Ich weiß nicht, was ich singe soll um 18 Uhr, keine Ahnung. Also mein Mann war sehr knapp. Und das ist natürlich stressig, weil du musst jeden Tag Output geben. Ja, ja, ja. Das ist eben dieser Gratis-Content, das war für mich zum Beispiel in der Zeit ganz furchtbar, weil alle zu mir gesagt haben, ja, mach doch was, du brauchst ja nur ein Video. Nein, nur ein Video, nein. Und für mich war das so ein Druck und ein Stress, plötzlich gratis-Content auf gutem Niveau produzieren zu müssen, dass ich eigentlich in einer Schockstarre war. Also ich habe das bewundert, dass Kollegen wie du das tatsächlich durchziehen konnten und jeden Tag so kreativ sein konnten, weil ich war eigentlich, also mir wird oft die Luft gefehlt oder… Das verstehe ich aber auch. Das kann ich auch verstehen. Also das war nicht selbstverständlich. Ich habe das auch nur, ich habe auch gesagt, du, ich mache das jetzt, weil, ja, also ich mache das einfach als Herausforderung für mich, dass es nicht deppert wird. Aber ich hatte auch keinen Hintergedanken. Also ich hatte, ich habe ja weder was verdient noch irgendwas. Also ich habe ja nichts, ich habe auch viele sagen, ja, dann tu doch deine Kontonummer einblenden. Sag ich, na, ich mache das ja so, ich mache das ja nicht jetzt, na. Ich kann mich erinnern, am Ende dieser Lockdowns, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahr das war, du wirst es sicher wissen, war ja dann schon Dancing Stars. Und da hast du ja teilweise schon von den Aufzeichnungen oder von den Vorbereitungen von Dancing Stars am Freitag, am Abend, kurz vor der Show, noch schnell irgendwas rausgehauen. Das war irre. Ja, das stimmt. Es war ja dann der Lockdown, der begonnen hat. Und ich habe dann gesagt, so, Lockdown ist es aber eigentlich Dancing Stars und habe dann weitergemacht jeden Tag und habe halt dann die Leute mitgenommen ins Dancing Stars Studio oder zu den Proben oder wenn ich irgendwas gedreht habe oder sowas. immer und habe trotzdem Lieder weitergesungen, ja. Das habe ich weitergemacht. Ich habe erst aufgehört, weil das war ja im Lockdown. In welchem Jahr war das? Das war 21, weil am Ende der Staffel hat der Lockdown begonnen. Also die letzte Woche, die letzte Sendung war schon wieder im Lockdown. Da war dann kein Publikum. Da war kein Publikum. Oder ganz wenig. Es waren wirklich nur die Familien da. Und da habe ich das dann auch gemacht. Und ich habe dann noch zwei Wochen weitergemacht, aber der Lockdown ist ja bis Weihnachten gegangen oder bis Silvester. Und dann war Silvester um 10 Uhr. Also das war dann so Teil-Lockdowns, ja. Genau, genau, ja. Aber ich habe dann voll weitergemacht, auch nach Dancing Stars, weil ich mir dachte, ja, Lockdown ist Lockdown. Habe es immer im Lockdown gemacht, also werde ich es weiter im Lockdown machen. Nur ist dann eben Mitte Dezember meine Mutter verstorben und dann habe ich aufgehört damit. Das war dann der, aber danach waren die Lockdowns, sind nicht mehr wiedergekommen. Also insofern war das dann. Aber ich habe eigentlich die kompletten Lockdowns, außer die letzten zwei Wochen, habe ich jeden Abend um 18 Uhr, bin ich gesessen an meinem Fensterchen. Wahnsinn. Habe gesungen. Wahnsinn. Ist dir das leicht gefallen, diese Texte zu schreiben? Manchmal ja, manchmal nein. Also manche Lieder sind wirklich in Sekunden da gewesen und bei manchen bin ich gesessen und habe gedacht, wieso komme ich da nicht weiter, wie komme ich da nicht weiter und habe ich sie oft daneben verworfen, weil ich bin der Meinung, wenn was nicht leicht geht, dann mache ich es halt einfach gar nicht. Aber manche Lieder, da wollte ich unbedingt, da habe ich es auch länger, ich habe aber manche Lieder ganz geschrieben, manche wirklich nur Refrain oder so. Und bei den ganzen Liedern habe ich mir schon Zeit gelassen, da habe ich ja dann oft schon Tage vorher angefangen, wo ich gewusst habe, okay, das bringe ich dann daraus und so, die ich aufwendiger gestaltet habe. Aber im Prinzip ist es, wenn das Thema da war, wenn ein Politiker wieder irgendwas losgelassen hat, dann ist es relativ schnell gegangen. Meistens war ich ja sehr gut bedient. Verwendest du die auf der Bühne noch oder einige davon? Ja, ich habe in meinem neuen Programm in Suvlaki Walzer habe ich ein Medley, wo ich die Highlights der Lockdowns verarbeitet habe, also in einem Medley, kommt doch sehr gut an, muss man sagen. Würdest du sagen, dass diese Quarantäne-Lieder einen Extra-Booster dir verschafft haben als Künstlerin? Definitiv. Also ich bin der Überzeugung, dass ich zu Dancing Stars nie eingeladen worden wäre ohne meinen Quarantäne- oder Quarantäne-Liedern. Also das hat es definitiv gebracht, weil ich einfach eine, natürlich dann eine Präsenz hatte, eine andere über eine gewisse Zeit, wo nicht so viel los war, wo alles nur wiederholt wurde, wo, also das weiß ich, dass ich deshalb auch nur gefragt wurde. Hand aufs Herz, wie viele deiner Quarantäne-Lieder waren eigentlich Country-Songs, Covers? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was für Lieder ich gemacht habe, ich müsste meine Mappe rausholen. Weil als ich mein Medley gemacht habe, habe ich mal durchgeblattet und habe mir gedacht, ah, das habe ich auch gemacht, das habe ich auch gemacht, ah, das habe ich, das habe ich geschrieben, das habe ich geschrieben, das weiß ich gar nicht, das weiß ich wirklich nicht. Was wären jetzt die Klassiker? Die Klassiker wären Country Roads. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht, danke dafür. Dann würde mir noch einfallen, Billy Ray Cyrus, Acky-Backy Heart, das ist auch was, was war auch nicht. Nein, zudem habe ich eine ganz lustige, also Beziehung zu diesem Lied, weil das war das erste Lied, das bei Kiddy Contest gewonnen hat, beim allerersten Kiddy Contest. Ah ja, genau. Das hat geheißen, Kinderzimmertieb, reger Betrieb beim Kinderzimmertieb, mein Walkman braucht eine Ladung Strom, denn ohne Batterie gibt es keine Energie, ich werde für den Walkman zum Phantom, so hat das geheißen. Ja, genau. Und da war ich aber dabei, weil ich habe für die andere Gruppe getanzt, also wir haben kleine und große gehabt, die getanzt haben und dir hat gewonnen, den allerersten, also das Lied hat den ersten Kiddy Contest Österreichs gewonnen. Weißt du noch, wer das war? Ich weiß nicht, wie sie geheißen hat. Eine kleine, total süße Maus, weiß ich nicht. Witzig. Ja, das ist eben mein, das ist mein Eggie-Breakie-Heart-Moment. Okay, also das heißt, du kannst jetzt tatsächlich keinen Country-Song benannt haben. Nein, Country Road habe ich nicht gemacht. Du warst vielleicht schon, aber wie gesagt, ich habe... Jolene? War Jolene dabei? Nein. Islands in the Stream? Ja, das habe ich gemacht. Wirklich? Islands in the Stream habe ich gemacht. Weiß aber nicht mehr, was das war. Weiß ich nicht, aber Jolene habe ich auch nicht gemacht. Irgendein Shania Twain-Song vielleicht? Ja, das kann sein, weil ich bin Shania Twain-Fan gewesen. Gewesen, also ich mag sie immer noch. Ihre Stimme zum Beispiel liebe ich. Ja, ganz eine eigene Stimme. Die mag ich total gerne. Also Shania Twain fand ich immer super. Hat ja auch eine ganz, ganz arge Zeit hinter sich mit ihrer Stimme. Die hat ja die Stimme komplett verloren aufgrund eines Second Bisses. Das ist irre. Und die funktioniert auch nicht mehr so, wie sie früher funktioniert. Da gibt es eine wundervolle Doku auf Netflix, glaube ich, über diese Zeit und über ihr Comeback. Das muss ich mir anschauen, weil die fand ich wirklich ganz, ganz, ganz toll. Das ist eine ganz tolle. Auch so eine Tollipaten weggeebnet und Brückengeschlagen in die Popwelt, wo sich jetzt eine Taylor Swift quasi… Auch aus dem Country in den Pop-Himmel, in den Olymp eigentlich geschossen hat. Ja, die alles anführende Taylor Swift. Ja. Unglaublich. Man hat sogar in Amerika jetzt Angst vor ihr, oder Trump zumindest, vor ihrem politischen Einfluss. So weit muss man sich immer… Dabei ist es echt total bescheuert. Man sollte Angst vor Trump haben eigentlich. Ja, genau. Was hast du für einen Bezug zu moderner Country-Mäßig? Wir haben jetzt gerade gesagt, Shania Twain, das ist ja schon die modernere Generation. Aktuell? Also, weil ich mir doch das AGT anschaue oder The Voice in Amerika anschaue. Allein einfach… AGT heißt America's Got Talent. America's Got Talent, genau. America's Got Talent oder eben The Voice in Amerika anschaue. Und da doch einfach Country-Stimmen auftauchen. Oder Country-Formationen auftauchen. Und auch Coaches. Ja, Coaches, genau. Und die letzten, die sogar gewonnen haben, die in der Gruppe von der… Kelly Clarkson, die Dreier. Girl Named Tom. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die auch Country gemacht haben, dreistimmig. Und auch die Mädels, diese drei, die bei America's Got Talent aufgetreten sind. Die drei Schwarzen. Ja, die haben mich total fasziniert. Temple Hearts. Temple Hearts, meinst du. Die fand ich richtig toll, weil gesanglich sind die halt einfach wahnsinnig drauf. Also mich fasziniert ja an der Country diese Gesangsstimmen. Die Stimmen, die so geil sind. Mich auch. Die Tömbre natürlich und so weiter. Aber ich glaube, was in der Country-Musik passiert und deswegen betonen wir es so, ist, dass die Stimmen nach vorne gemischt sind. Im Vergleich zu anderen Musikrichtungen, wo die Stimme einfach nach hinten gemischt wird. Ah, okay. Vielleicht deshalb. Das sieht da keine Minute aus. Und deswegen ist Country so prägnant. Und deswegen, ich habe oft Diskussionen mit Tontechnikern in Österreich, die uns mischen und dann die Stimmen einfach nicht rauskommen. Und ich sage, Moment, hier ist nicht Pop, hier ist nicht Soul, hier ist nicht, keine Ahnung, Rock. Hier geht es nicht um die Gitarre. Beim Country kommt es auf die Stimmen drauf an. Und die muss man auch vorbringen. Und das können witzigerweise nicht viele Techniker. Das glaube ich auch. Also das glaube ich sofort. Du brauchst auch für verschiedene Genres verschiedene Techniker. Da bin ich auch schon drauf gekommen. Du kannst nicht jeden Techniker für alles einsetzen. Das ist unmöglich. Aber ich meine, es ist auch gut so, weil es sollte jeder sein Spezialgebiet haben auch. Aber man sollte halt auch wissen, dass man auch als Techniker dem Künstler dient und nicht sich selbst dann in den Vordergrund stellt. Das gibt es leider auch manchmal. Ja, naja, es sind Zahnräder, die ineinander greifen. Ohne Techniker bist du als Künstler nichts. Genau, hört man dich nicht. Und ohne Künstler könnte der Techniker nicht arbeiten. So ist es. Ja, also es ist ein Zusammenspiel. Okay, das heißt, das Coole findest du mal die Stimmen bei der Country Music. Noch irgendwas? Löst es irgendwas aus in dir? Na, für mich löst es eigentlich eben eine Kindheitserinnerung aus, weil meine Mutter das eben gehört hat, weil meine Mutter auch die Stimmen so toll fand. Ja, also ich bin immer sofort versetzt in das Wohnzimmer bei mir im 12. Bezirk im Wohnzimmer, wo ich, also wirklich, ich sehe das Wohnzimmer, ich weiß noch, wo dieser Teppich und diese, wenn du so eine kleine Bar gehabt hast und so, wie ich da gestanden bin und wie ich dann herumtanzt habe. Das löst lustigerweise bei mir Country aus, ja. Also ich werde sofort in eine wirklich sehr weite Vergangenheit versetzt. Wo es dir gut ging, also ein gutes Gefühl. Ja, ja, genau. Also genau, das meine ich jetzt positiv. Das heißt, so Lieblings-Country-Menschen der jetzt seit, haben wir schon gesagt, Chapel Heart. Genau. Und Girl Named Tom, so heißen diese Geschwister, die da bei Voice angetreten sind, aber die sind eben mit Country-Liedern angetreten, ja. Jetzt machen die Pop, aber die, das ist mir auch so, weil diese Dreistimmigkeit in dieser, einfach mit dieser Gitarre und diese drei Stimmen, das war einfach... Three-Part-Harmony, ein toll, richtiges, also wichtiges Element in der Country-Music. Genau, drei-stimmiger Gesang. Gibt es eigentlich griechische Country-Sänger? Ich habe keine Ahnung. Wie wird denn das klingen, griechische Country-Sänger? Na, das glaube ich, das will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also, es muss nicht alles sein. Aber es gibt schöne, was ich schon weiß, es gibt wunderschöne griechische Chansons. Ja. Das ist sehr lustig, also wie die französischen, das gibt es. Aber ich meine, es gibt sicher Cowboys auf Griechenland. Cowboys, ja, griechischen Cowboys. Okay, die müssen wir noch suchen. Also, spätestens seit Bulli-Habbix, wie heißt das? Schuh des Manitou. Schuh des Manitou. Wissen wir zumindest, es gibt griechische Austauschstudenten in Amerika. Na, sicher. Oder griechische Gastarbeiter. Genau. Was ich mir angeschaut habe, es gibt tatsächlich Performer und Songwriter in Amerika, die griechische Wurzeln haben. Ja, das glaube ich, es gibt sie überall. Ja? Wir sind, ja, wir infiltrieren diese Gesellschaft. Ist das ein Auswandererfolg, die Griechen? Ja, weil die Griechen, also das war glaube ich immer schon so, haben sich immer schon interessiert für die Welt, sage ich einmal. Beziehungsweise war es halt so, dass es eine Zeit gab oder immer noch gibt, wo die Eltern ihre Kinder zum Studieren ins Ausland geschickt haben. Wenn man es sich nur irgendwie leisten kann, weil in Griechenland zu studieren ist fast unmöglich, außer du machst schon, und ich übertreibe hier jetzt nicht, du musst, sobald sie ins Gymnasium kommen, Nachhilfe nehmen. Okay. Nicht, weil die Kinder steppert sind, sondern weil die Aufnahmeprüfung dann so schwer ist, dass nur ganz wenige reinkommen. Das heißt, du musst einfach schon das Geld haben, dass die Kinder in Griechenland studieren können. Und in anderen Ländern ist es manchmal nicht so, da ist es leichter reinzukommen. Ja, und deshalb schicken viele ihre Kinder zum Studieren ins Ausland. Ich glaube, dass es damit auch was zu tun hat, dass sie dann auch dort bleiben, weil wenn es dann irgendwie, weißt du, wie man es so hießt, dann verliebst dich, dann bleibst du dort. Also bei meiner Recherche nach Country-Musikern, Musikerinnen mit griechischen Wurzeln bin ich auf einen Mann gestoßen mit dem untypischen griechischen Namen Kostas. Na, Kostas. Jeder Zweite heißt Kostas, ja, sehr schön. Dieser heißt im Nachhinein Lazzarides, hat aber tatsächlich den Namen Kostas als Künstlernamen gewählt, dann in weiterer Folge. Vermutlich einfacher für die Amis. Ich glaube auch. Und dieser Kostas ist nicht nur 2019 in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen worden, was eine Riesen-Ähre ist, sondern er hat echt auch Number One Hits geschrieben für Leute wie Dwight Yoakam, Patty Loveless, George Strait und Travis Strait. Also das sind wirklich mega, mega, mega Namen in der Country-Szene. Ah, cool. Schau, na schau. Griechen. Die Griechen sind überall. Zum Beispiel hat er für die Patty Loveless geschrieben ihren Hit Blame It On Your Heart 1993 oder On Down The Line, auch ein sehr, sehr berühmter Song von ihr. Und für Dwight Yoakam unter anderem den Song Ain't That Lonely Yet. Und auch für Martina McBride hat er geschrieben, für die Mavericks hat er geschrieben, für die Dixie Chicks hat er sogar geschrieben. Jö, die Dixie Chicks, die kenne ich auch, die mag ich auch ganz gern. Ja, das ist witzig. Also das ist eine Band, die kennt in Österreich jeder. Aber die haben eine Zeit, die waren auch hier, die haben Konzerte gehabt, da sind auch Plakate, kann ich mich auch erinnern. Ich habe sogar, glaube ich, eine CD, na sicher sogar, von den Dixie Chicks. Jetzt, wo du es sagst? The Chicks heißen sie ja jetzt, aufgrund von Black Lives Matter heißen sie ja nicht mehr Dixie Chicks. Wenn du meinen Podcast angehört hättest, wüsstest du das. Wo war das? Achso, ja, in welcher Folge? In allen Folgen, weil ungefähr jeder eben die Dixie Chicks kennt. Das ist echt so witzig. Also das überrascht mich sehr, dass die so, so bekannt sind bei uns. Wurscht bei Mann, Frau, wie auch immer. Also jedenfalls Kostas hat die griechische Flagge in Nashville hochgehalten. Und er hat auch zwei Kolleginnen, nämlich die eine ist die Pauline Jane. Noch nie gehört von ihr. Also ich habe sie tatsächlich ergoogelt aufgrund meiner Griechenland-Recherche. Die ist jetzt nicht so nachhaltig erfolgreich in Nashville gewesen, wie deren Kollegin Lane Brody. Was sehr, sehr spannend ist. Lane Brody hat Berühmtheit erlangt mit einem Song, den sie nicht selbst geschrieben hat, der für einen Film geschrieben wurde. Aber die Schauspielerin, die ihn im Film gesungen hat, weiß ich nicht, war es nicht radiotauglich genug die Stimme. Die Radioversion hat nämlich diese Lane Brody eingesungen in den 80er Jahren. Und der Film, den kennen vielleicht ein paar, Tender Mercies hat auf Englisch geheißen, Comeback der Liebe auf Deutsch. Und die Hauptrolle hat Robert Duvall gespielt, ein sehr bekannter Hollywood-Schauspieler. Und der hat damals auch dafür den Oscar bekommen, als bester Hauptdarsteller. Es gab auch den Oscar für bestes Drehbuch, damals ging auch an diesen Film. Und der Song, Over You, den Lane Brody im Radio berühmt gemacht hat, der war auch nominiert. Und zwar für den besten Origins Song. Gewonnen hat allerdings in diesem Jahr nicht dieser Song. Und es ist aber, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt keine Schande, weil gleichzeitig nominiert in der Kategorie Originalsong waren aus Flashdance, What a Feeling, aus Flashdance, Maniac und aus Jentl, Papa Can You Hear Me und The Way He Makes Me Feel. Also das sind ja lauter Karnatzen. Ich wollte gerade sagen, das sind ja alles nur, eigentlich werden alle Oscar-Songs. Wir kennen alle. Die könnten alle den Oscar. Und gewonnen hat What a Feeling. What a Feeling, genau. Okay, auch verdient, muss man jetzt ehrlich sagen. Gegen den kann man verlieren, oder? Ja, das ist nicht so. Aber dass er Papa Can You Hear Me verloren hat, das ist ja auch wahnsinnig. Ja, irre. Das ist so, wie du sagst, jeder Einzelne ist hitverdächtig und man kennt sie alle. Wenn du jetzt die Nominierten der letzten Jahre anschaust, 95% der Songs kennt man nicht. Somit hat sich schon ein bisschen was getan, habe ich das Gefühl. Also so viel zur griechischen Geschichte in der Country Music. Ich bin stolz. Lane Brody hat da einen tollen Song. Bitte unbedingt reinhören. Over You heißt der Song aus dem Film. Come back der Liebe mit Robert Duval. Und was ich auch herausgefunden habe, Kelly Clarkson, die sagt dir natürlich, was du ja vorher erwähnt. Ja, Kelly, natürlich. Die hat ja auch griechische Wurzeln, wusstest du das? Nein. Ja, und zwar sagt sie auch selber in einem Interview, der Großvater ihrer Mutter war Grieche. Und sie hat aber auch so ein bisschen gesagt, sie glaubt, er ist abgehauen. Das kriegt also, dürfte irgendwas, irgendwas nicht so. Hat diese Steuer nicht bezahlt. Weiß nicht, oder Schlimmeres. Ja, das weiß man nicht. Mit der Frau des besten Freundes geschlafen, man weiß es nicht. Das ist ganz schnell noch schlimmer, das Steuer zu hinterziehen. Jedenfalls ist er abgehauen nach Amerika und hat dort sein Leben neu aufgebaut und die wunderbare Kelly Clarkson entstand, die ja auch extrem country-affin ist, muss man auch mal sagen. Ja, die mit der Reba McIntyre, ihrem Stiefsohn quasi verheiratet war, mit der Reba sehr viel aufgetreten ist und extrem viele. Die macht ja auch so wie Caron Tenier-Lieder so, Kelly Oki macht sie, Kelly Clarkson schon, Kelly Oki, wo sie auch sehr, sehr viele Country-Songs covert. Ja, das ist auch sehr lustig. Und eine tolle Sängerin, ganz, ganz großartig. Vermutlich, weil sie griechisches Blut hat, Karol. Natürlich. Es wirkt sich nachhaltig aus. Ich habe es mir ja von Anfang an als Ziel gesetzt, in jeder Folge einen Song, einen Country-Song zu übersetzen, den der Gast mitbringt. Und zwar am liebsten einen modernen Country-Song. Und du hast da recht schnell dich auf einen eingeschossen. Welcher wäre das denn? Ja, das ist der von den Chapel Heart. Die sind mir wirklich im Kopf geblieben. Ich fand das so faszinierend, den Auftritt von denen damals eben bei America's Got Talent und habe die eben danach eben weiterverfolgt. Und da gibt es diesen Jolene, kennt man ja, Jolene-Song. Und das ist so... You can have him, Jolene. Der Nachfolger oder so der... Spin-off, ja. Der Spin-off, ja, würde man bei der Serie sagen. Der halt mit so einem Augenzwinkern ist, du kannst den eh haben, Jolene, eigentlich will ich ihn gar nicht. Also die Geschichte hinter You can have him, Jolene, ist eigentlich diese, dass im Song Jolene besingt ja oder begniet Dolly Parton ja schon fast ihre Konkurrentin Jolene, ihr nicht den Mann wegzunehmen. Genau. Dazu muss man sagen, wer war die Jolene? Die gab es tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das weißt. Und zwar... Weißt du es? Nein, nein. Weißt du nicht? Und zwar war das die Bankangestellte in der Bank, wo ihr Mann, wo Dolly Partons Mann immer wieder hingegangen ist, eine rothaarige. Und die hat ihm halt schöne Augen gemacht und er hat das natürlich toll gefunden, so wie jeder Mann das toll findet. Und deswegen hat sie den Song Jolene geschrieben. So und Zschäbel hat sich gedacht, okay, wir haben jetzt 2022, damals haben sie den Song rausgebracht, wie würde denn eine Frau 2022 reagieren, wenn eine versucht, den Mann ihr auszuspannen. Nämlich nicht mit Krampf versuchen, ihn zu behalten, sondern sie sagen einfach, weißt du was, kalt dann einfach. Ja, wenn er mich nicht will, dann soll er gehen. Ich brauche am Ende, also viel Spaß. Genau. Helf an. Und dieser Weitertreter hat mich auch extrem belustigt, als ich den Song das erste Mal und diesen Auftritt, den du gerade gesagt hast, bei America's Got Talent, für die, die ihn nicht gesehen haben, bitte googelt es euch da rein, schaut es euch den an, den Auftritt, denn er war extrem amüsant und zeitgleich sehr tiefgründig, finde ich dann. Voll. Gerade nachdem sie performt haben, weil da ging es ja dann auch um die Frage, warum seid ihr hier und nicht in Nashville. Dazu muss man sagen, America's Got Talent findet in L.A. statt, die Aufzeichnungen. Und Chapel Heart sind drei schwarze Frauen, wobei eine aussieht, sage ich immer, wie Beyoncé, also sehr kurvig, sexy, eine ist sehr androgyn und die dritte ist Super Size. Ja, Super Size. Also wirklich groß. Genau, aber das ist so eine geile Stimme, unglaublich. Ja, genau. Und zwei davon sind Schwestern und die dritte im Bunde ist quasi deren Cousine. Die haben natürlich immer schon gesungen, seit sie ganz klein sind, deswegen sind auch da die Stimmen extrem nahe beieinander. Ja, das hört man. Die haben so gut geklungen, da bleibst du picken bei denen einfach. Ja, ja. Insofern hat der Simon Cowell sie danach gefragt, nach ihrer Performance, also den gratuliert, sie haben ja damals den Golden Bazaar bekommen, also sprich das Ticket ins Finale mit diesem Auftritt. Er hat sie gefragt, warum sie nicht in Nashville große Superstars sind, sondern warum sie nach L.A. kommen. Und das hat mich eigentlich total berührt, dann die Antwort, die sie gegeben haben, nämlich, wir haben es eh versucht in Nashville, aber wir schauen halt nicht aus wie Country Music. Und das ist etwas, was mich so wütend gemacht hat, weil schwarze Frauen in Amerika in der Country Music de facto nicht existent sind. So, wie Country Music in Österreich de facto wegignoriert wird. Also eine unfaire Herangehensweise da immer noch passiert im Süden. Es gibt eins, zwei, drei, Darius Rucker zum Beispiel, schwarze Sänger. Aber schwarze Frauen, Wendy Moten war eine von ihnen, die hat auch bei The Voice mitgemacht. Du hast mich nicht The Voice verfolgt, die ist auch Country Sängerin. Aber die ist auch nicht größer geworden. Also, oder man hat sie auch nicht größer werden lassen. Und Chapel Heart haben einfach, finde ich, das absolut Gescheiteste gemacht, indem sie dort aufgetreten sind bei America's Got Talent und einfach gesagt haben, gut, wenn Nashville uns nicht will, wir können trotzdem Country Music machen, dann gehen wir halt nach L.A. Ja, eh gut. Du musst deinen Weg gehen, das ich vorhin gesagt habe. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen, wenn du weißt, das Produkt stimmt und das passt. Da gibt es einfach nur ein paar, denen passe ich nicht. Ja, dann muss es dir halt passend machen. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch einmal diesen wundervollen Songtext von You Can Have Him Jolene an. Generell ist der Song, so wie Jolene selbst, ein Vorkord-Song, also vier Akkorde. Also nicht schwer instrumentiert. Er kommt recht schnell rüber. Ja. Das ist ein Abtempo-Song. Sehr flotter Song, ja. Und heißt eben You Can Have Him Jolene. Also, das heißt, du kannst ihn dir behalten, Jolene. Genau. Sagt aber schon. Sagt eigentlich schon alles. Sagt schon alles aus, oder? Und Jolene ist halt einfach so ein bekanntes Lied, dass du sofort die Brücke schlägst. Ja. Sofort. Du weißt einfach sofort, ah. Sofort, worum geht es. Okay, das hat mit dem zu tun. Ja. Weil einfach auch niemand Jolene heißt oder hieß davor vermutlich. Nein. Ich kenne keine Du. Ja, tatsächlich kenne ich Jolines Zirkuskinder und die sind aber nach diesem Song benannt. Also, diese Jolines, die ich kenne, wurden tatsächlich nach dem Song benannt, nicht umgekehrt. Okay, gehen wir in die erste Strophe hinein. Well, since the last song, I've had time to think it over. Naja, das ist ganz leicht. Also, seit dem letzten Lied. Habe ich viel Zeit gehabt, um nachzudenken. Habe ich Zeit, drüber nachzudenken. A lot of tears, a lot of beer, a lot of wine. Also, viele Tränen. Viel Bier, viel Wein. Viel Wein. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, zu glauben, dass diese nächtlichen Anrufe endlich aufhören werden. Aber trotzdem ist er weiterhin jedes Mal rausgegangen, mitten in der Nacht, um zu telefonieren. Ja, also, man kriegt schon mit, okay, also, da geht es um ein gekränktes Herz, um jemanden, der etwas verheimlicht, weil wenn er in der Nacht hinausgeht, um zu telefonieren, und das über einen geräumt, wird es nicht der Installateur sein. Genau. Dann gehen wir weiter in den nächsten Vers. Ja, es ist nie einfach, wenn Gläser zerbrechen, also, wenn ein Glas. Genau. Es hat sich nicht sehr einfach dargestellt, mit diesem zerbrochenen Glas. And you holding me and saying you were wrong. Jetzt sind wir nicht mehr in der he-Form, sondern in der you-Form. Also, jetzt zinkt sie ihn quasi direkt an. Also, das Glas war zerbrochen quasi, und trotzdem hast du mich gehalten und mir weiterhin gesagt, dass du einen Fehler gemacht hast, oder mir gesagt, dass du einen Fehler gemacht hast. Well, I'm tired of second chances, and these sad are circumstances. Naja, irgendwann ist es ja nett, dass es ihm überhaupt eine zweite Chance gegeben hat. Genau. Muss ich mal sagen. Also, irgendwann, wenn es am hundertsten Mal, ich glaube, das kennt man, oder vielleicht hoffe, dass es noch jemand nie erlebt hat, aber wenn einer sagt, nein, ich mache es nie wieder, ich tue es nie wieder, und dann diese zweite Chance immer wieder ausgenutzt wird. Sie ist müde davon, zweite Chance herzugeben. And these sad are circumstances, und da kommen wir jetzt wieder ins Slang hinein, sad ass, bad ass, diese Sachen kennt man ja. Sad circumstances würde ja auch reichen, aber sie wollen sich da noch einmal draufsetzen in diese Slang-Sprache. und nicht nur, dass sie müde ist von den Second Chances, sondern auch von diesen Umständen, von diesen traurigen Umständen, die da herrschen. He's your problem, good luck, keeping him home. Jetzt drehen sie sich quasi nicht zu ihm hin, sondern zu ihr. Jetzt ist dein Problem, viel Glück dabei zu schaffen, dass er zu Hause bleibt. Weil bei mir hat es scheinbar nicht funktioniert, das wollen sie damit sagen. Und jetzt kommen wir in diesen wunderbaren Refrain. Oh, Jolene. Fangen Sie an. You can have him, because he don't mean much to me. Du kannst ihn haben, weil er bedeutet mir nichts. Er bedeutet mir nicht viel, ja. Well, I cried so much, till rivers turn to seas. Ich habe so viel geweint, bis diese Flüsse, die aus meinen Augen... Meere geworden sind. Genau, Meere geworden sind. Oh, Jolene, when you think that he's in love, he'll surely leave. Also, Jolene, spätestens dann, wenn du glaubst, er ist jetzt endlich richtig verliebt in dich, dann wird er sich vermutlich verpissen. He'll surely leave, wieder weg, wieder dich verlassen. Like he did me, so wie er es bei mir gemacht hat. You can have him, Jolene. Du kannst ihn haben. Behalt ihn dir, Jolene. So, dann gehen wir in den dritten Vers. Well, I fixed my crown from leaning, and those wedding bells stopped ringing. Da geht es um eine Krone, die sich lehnt, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Also quasi, die Krone ist verrutscht. Ja, verrutscht. Sag mal, Krönchen richten, weitergehen. Genau, also da geht es auch. Also, ich habe mein Krönchen gerichtet. And those wedding bells stopped ringing. Und auch die Hochzeitsglocken haben aufgehört zu läuten. Das sagt man bei uns jetzt gar nicht. Sagt man das bei uns? Im Englischen sagt man das, I can hear the bells. Nein, wir sagen nur, ich kann die Hochzeitsglocken schon läuten hören. Aha. Das sagst du, wenn jemand sich so verliebt ist. Zusammen, nein, ich kann die Hochzeitsglocken schon läuten hören. Das sagt man als, die bleiben zusammen. Ja, ja. Aber man sagt nicht, die Hochzeitsglocken haben aufgehört zu läuten. Das sagt man nicht. Nein, aber ich glaube, im Englischen sagt man es auch nicht. Aber I can hear the bells, sagt man im Englischen. Also, ich kann die Glocken schon läuten hören. Und das haben sie einfach, dieses Idiom haben sie ein bisschen verspielt und umgedreht. Genau, und haben gesagt, also, nicht nur, dass ich mein Krönchen gerichtet habe, auch die Hochzeitsglocken haben aufgehört zu läuten. I took my keys and threw them at his door. Ja, gut so. Also, ich habe meine Schlüssel genommen und habe sie ihm an die Tür geworfen. Well, I found a man who loves me and he'll give me all I need. Ich habe einen Mann gefunden, der mich liebt und der mir alles gibt, was ich brauche. Also, welche Frau könnte nach mehr verlangen als das? Und das ist ja quasi diese Hoffnung, die in so vielen Country-Songs irgendwie zugrunde liegt. Nämlich irgendwie ist es offenbar eine Scheiß-Situation gerade. Aber es hat sich zum Besseren gewendet, weil sie haben eh schon wieder Ahnung gefunden und sie brauchen ihn nicht mehr. Das passt schon, genau. Dann passiert noch zweimal dieser wundervolle Refrain, wo diese Dreistimmigkeit so geil rauskommt. Es ist witzig, weil wir spielen den Song live, das Steve und ich, also halt nur zu zweit, also zweistimmig, beziehungsweise in meinem Drehspiel mit dem David. Es war so schwierig für uns herauszufinden, wo die Hauptstimme hingeht, weil die so knapp beieinander picken und so ähnlich auch klingen, die Mädels. Das ist total schwierig, weil das rauszuhören. Genau, dann noch zweimal den Refrain und dann noch zweimal den Tag Jürgen Haifem, Jolene. Also, es braucht nicht viel. Nein, ein guter Song braucht nie viel. Um sofort ein Gefühl zu vermitteln, sofort im Thema zu sein und dann noch drei geile Stimmen. America's Got Talent und jetzt sind sie nicht mehr wegzudenken aus der Country-Szene. Sehr gut. Das freut mich so dermaßen für die Mädels. Die haben sich das echt verdient. Ja, die Deineka, diese korpulentere Sängerin, die die Hauptstimme singt, hat ja kurz danach schwere Stimmprobleme bekommen, wurde auch operiert auf den Stimmbändern. Aber mittlerweile treten sie wieder auf und sie haben sich auch nicht viel Auszeit gegönnt, weil natürlich die Welle da war und auf der muss man dann surfen. Musst du reiten, ja. Ja, hast du einen coolen Song mitgebracht. Ja, danke. Lustig, weil ich bin ja die Verfechterin der, also nicht Genres, weil ich denke, wenn mir ein Lied taugt, ist es mir egal, dass euch im Genre das kommt. Und wenn das Country ist, ist es Country und wenn es, wie gesagt, Reggae, wo ich gesagt habe, na, da höre ich mir nie was an. Oder ein Schlager auch einmal, was jetzt nicht so meine Musik ist von Anhieb. Aber ich finde, jedes Genre hat seine Berechtigung und in jedem Genre gibt es ein Lied, wo ich sage, ja, cooles Lied, taugt mir. Hat seine Berechtigung, macht eine gute Laune. Ja, voll. Oder holt mich ab. Ja, genau. Deshalb, ich finde das immer zu sagen, das braucht keiner. Das finde ich immer sehr gefährlich, solche Aussagen. Ja, von vornherein schon einmal was nicht zuzulassen, ist einmal nie gut. Als Kabarettistin lebst du ja vom Überzeichnen. Was ist denn für dich so typisch Country und somit eine Parodie wert? Also, wenn ich Country parodieren würde, dann würde ich wahrscheinlich auf meinen Dolly Parton zurückkommen, weil das mich einfach so geprägt hat und ich würde einfach, also ein Cowboy-Hut gehört für mich dazu, Gitarre gehört für mich auch dazu, Cowboy-Stiefel gehören für mich dazu und eigentlich jetzt mit der Glitzer. Ich finde das so faszinierend, diese Country-Stars, wie viel Glitzer, also auch die Männer, mit diesen breiten Blusen und Glitzer-Teilen und mit diesen… Naja, in den 60ern war das ja ganz, ganz beliebt. Like a rhinestone cowboy. Genau, ja, rhinestone cowboy. Rhinestone cowboy, ja. Ist quasi der Glitzer-Cowboy. Da hat man sich ja noch eher drüber lustig gemacht, weil in den 60ern ein Cowboy ja tatsächlich noch auf einer Range gearbeitet haben sollte und so weiter. Und dann plötzlich kam man dieses roaring 60s, genau. Das hat jetzt ein bisschen abgenommen wieder in den 90ern, Anfang 2000 und jetzt plötzlich ist Glitzer wieder voll da. Glitzer war nie weg, sind wir uns ehrlich. Ich finde es auch toll. Ich liebe Glitzer, ich finde es auch super. Also ich würde eben da und ich würde halt einfach sehr viel… Also es wäre jetzt dieses… Weil meistens diese Südstaaten-Sänger halt diesen extremen Akzent haben. Also dieses Das müsstest du halt einfach machen. Wenn du eine Parodie machst, müsstest du so reden einfach nur, ja. Okay. Das ist so… Das ist Klischee. Das ist voll Klischee. Das musst du halt voll überhöhen. Ja. So würdest du eine Parodie angehen. Ja. Schön, denkst du, dass diese Punkte, also eben dieses Cowboy-Hut, Cowboy-Stiefel, Glitzer und dieses dass das mit ein Grund dafür ist, dass Country-Music in diesem Land, in Österreich immer noch eher belächelt wird, oder? Ja, ich glaube, dass viele sich einfach nicht damit beschäftigen und nicht wirklich wissen, die denken, das ist der billige Schlager von Amerika halt, glaube ich. Wie oft bei vielen Dingen, wenn man sich nicht damit beschäftigt und die Ursprünge nicht kennt, wird es oft abgeschastelt. Abgesehen davon, glaube ich, dass einfach eine allgemeine Aversion gegen amerikanische Sachen, also überhaupt herrscht, in Europa, aber auch in Österreich und es wird sowieso gesagt, es kommt jetzt nicht mehr amerikanisch, das ist sowieso nicht gewünscht. Wirklich? Naja, das ist ja immer noch so, ja. Okay. Also mittlerweile kann man sich ja dem nicht mehr, du bist dem ausgesetzt, ja. Die Sprache der Jugend, das ist alles sehr englisch-lastig schon mittlerweile. Das ist einfach der Zahn der Zeit, aber es ist immer noch so, was aus Amerika kommt, die Amerikaner, ja. Ich glaube, das kommt noch aus den Weltkriegen, einfach dieses Amerikaner, also Amerika sind zwar die, auf der einen Seite die großen Befreier, auf der anderen Seite doch die Kriegstreiber für manche und trotzdem, wenn was von dort kommt, dann muss man das nehmen, weil es kommt ja von dort, es wird uns alles aufoktroyiert, wir können uns eigentlich nicht selber entscheiden, wir sind zu klein. Ich glaube, das ist so ein... Und die Verherrlichung dieser Flagge und dieses Militärsystem. Genau, das ist ja wirklich, ich meine, das finde ich ja auch nicht wirklich besonders toll, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass das, ja, ich glaube, dass das mitunter einfach die leichteste Form der Ablehnung ist, glaube ich. Country ist so, das ist so amerikanisch mit Cowboy-Hut und mit Ding, das ist, glaube ich, so plakativ amerikanisch, dass man das als erstes ausblendet und sagt, okay, das ist wirklich so, dass ich verstehe eh nichts. Also, ich glaube, das ist so die leichteste Form ist der Ablehnung Amerikanern gegenüber. Ja, ich glaube, das ist, weil, wie gesagt, wenn eine Nummer gut ist, dann landet es im Radio und dann hören wir es auch. Und dann ist es vielleicht Country und wir wissen das gar nicht. Ist auch... Ja, wie zum Beispiel der Justin Timberlake mit dem einen... Chris Stapleton. Ich meine, die Nummer war der Wahnsinn, die rennt rauf und runter, es ist rauf und runter gerannt im Radio, ja, und es ist auch ein Countrystar gewesen. Chris Stapleton, jetzt wieder zwei Grammys gewonnen. Naja, also bitte. Also eben, also da weiß keine Sau, dass das ein Countrystar ist, ja. Und die Nummer war, dass du say something, say something, ja, Wahnsinn. Denn das war unglaublich und mein Mann ist auf diese Nummer aufmerksam geworden, weil ihm der Typ so getaugt hat und dann hat der ein paar Sachen von dem angehört. Tennessee Whisky. Genau, so. Also, es wird uns immer irgendwas begegnen, ja. Genauso wie dann hin und wieder dann plötzlich ein französisches Lied irgendwie landet und du denkst, was aber jetzt eine französische Nummer auf Platz 1 zu suchen, weil das... Also, wenn die Nummer gut ist und wenn es passt, dann ist es, wie gesagt, egal, woher es kommt. Aber es gibt sehr, sehr viele gute Countrysongs, die sämtliche Rekorde brechen in den Staaten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass You Can Have Him, Jolene zum Beispiel, auch nur einmal gelaufen ist in irgendeinem österreichischen, terrestrischen Radio. Und trotzdem kennt jeder den Song Jolene, also diese Persiflage würde bei uns auch funktionieren. Ja, natürlich. Wenn das also ein fähiger Radiomoderator einer Morningshow aufgegriffen hätte und sich darüber lustig gemacht hätte oder bemerkt hätte, dass die Frau 2022 eben anders darüber denkt, was Jolene mit ihrem Mann gemacht hat, dann wäre das auch bei uns ein Hit geworden. Glaube ich auch, oder? Glaube ich sofort, aber da muss ich auch sagen, dass es einheimische Musiker gibt, die auch immer noch strugglen, wie man so schön sagt, die super Musik machen und die, wo ich auch weiß, die kriegen das Feedback, nein, das rennt bei uns, ich sehe gerade im Radio, das ist so ähnlich, wo ich mir denke, ja, aber das ist Amerika, dann nimmst du doch unsere Musik. Also die machen genau das Gleiche, wie die Sachen, die im Radio laufen, in toller Qualität, wird super produziert, wir haben so tolle Musiker. In englischer Sprache. In englischer Sprache, die auch nicht gespielt wird. Also ich meine, da frage ich mich auch, was soll das? Also das ist sowieso ein eigenes Thema, glaube ich, ein eigener Podcast. Ja, ja, ja. Das heißt, was denkst du, was man machen könnte, um Country Music in Österreich wieder great zu machen, great again zu machen? Nein, ich glaube, du könntest sehr wohl eben solche Lieder, mit solchen Liedern könntest du die Hörerschaft vergrößern, also eben mit You Can Have Him, Entschuldigung, wenn es wirklich große Lieder sind in Amerika, die dort gut rennen, mitmischen, ja, also überhaupt andere Genres mitmischen. Es rennt ja auch, wie gesagt, Reggae rennt auch nicht im, also das ist auch eine riesige Community, gibt es auch, ja. Pop Mali würde man spielen, Gentleman, ja, aber Gentleman höre ich auch schon nicht mehr. Ja, ja. Hör ich auch nicht. Hör ich nicht, der ist so riesig in ganz Südamerika und in Amerika und überall, hörst du den und hier nicht und, ich meine, er ist ein Deutscher lustigerweise, ja. Also, ja, und ich glaube, dass du das mit Country Music genauso machen könntest, ja, also das ist da immer noch gute, eben gerade die modernen Country Music. Ich glaube, dass es einfach kategorisch ausgeschlossen wird, weil da, weißt du, das sind halt die Musikredakteure, die sagen, also das ist Country, das brauche ich mir gar nicht anschauen, ja, obwohl da vielleicht Lieder drin sind, wo Leute gar nicht checken, dass das Country ist und wo es einfach super Songs wären. Ja. Ich glaube, das ist das Problem, ja, ich glaube, dass du… Das Wort Country ist einfach nicht, ist nicht positiv behalten. Ja, das sind wir wieder bei den Schubladen und das, das ist wirklich etwas, da stellt es mir alle Haare auf und ich, das macht mich eigentlich auch so aggressiv, dieses Schubladendenken oder dieses eben, wie ich dir am Anfang gesagt habe, ich höre keine explizit die Musik, sondern ich höre Musik und mal will ich die und mal will ich die hören. Und da schließe ich gar keine aus und bei uns ist es aber automatisch, ah, na, 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 das ist, na, das ist so, na, na, das mag ich keiner, weil ich es vielleicht gerade nicht mag und nicht der Musikredakteur bin, ja. Ich kann mich erinnern, gerade im Radio, als ich im Radio gearbeitet habe, habe ich viele Kolleginnen gehabt, also sowohl männliche als auch weibliche, wo ich dann irgendwann einmal gesagt habe, ich bin Country-Sängerin, ich hasse Country. Und dann denke ich mir, okay… Und was für Lieder kennst du? Genau, und dann haben die immer aufgezählt, Jolene, Ring of Fire, Oz, Johnny Cash und Dolly Parton, beide, also der Johnny Cash lange tot, Dolly Parton schon weit in den 70ern und das war's, mehr kannten sie von Country Music nicht. Passt, ich hasse Country. Ja, das ist natürlich sehr fundiert, diese Aussage. Also die Frage ist, nimmt man sich dann die Zeit, macht man sich die Mühe, diese Menschen aufzugleisen, sie ein bisschen aufzuklären oder nicht, oder lässt man es? Das ist schwierig, ich glaube, dass du, Aufklärung in dem Sinn, braucht es nicht, du musst einfach die Lieder runtermischen, warum nicht? Also ich meine, ich finde, wie gesagt, es ist für jedes Genre Platz. Ich finde einfach eines auszuschließen nicht richtig und ich glaube, dass das genug Fans hätte, auch in Österreich. Ja, großartig, liebe Caro, ich würde mich jetzt dann schön langsam von unseren ZuhörerInnen verabschieden, um hier niemanden auszugrenzen, nämlich auch die alle dazwischen. Ja, natürlich. Du machst das in deinem Kabarettprogramm ja auch immer so. Ja, sicher, alle. Möchtest du noch was sagen? Also ich kann nur jedem empfehlen, die Ohren aufzumachen und zuzuhören, nicht nur, was Musik angeht, sondern auch eben, was Menschen rundherum sagen und dass man einfach zuhört. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man geht so schnell drüber über viele Dinge und Musik war immer schon verbindend und ist verbindend und Musik ist eine universelle Sprache und egal, ich wiederhole mich, egal welches Genre, ob das Techno ist oder Ballettmusik, Oper, Schlager, Pop, Rock, Hardrock, is, fuck a country, es ist egal. Wenn die Musik in dir eine Emotion auslöst oder in der Person neben dir, dann hat sie eine Berechtigung. Und es gibt sicher keine Musiknummer, die nicht irgendjemanden berührt. Also das ist so. Und deshalb ist Musik einer der wichtigsten Dinge, die es auf der Welt gibt und ohne Musik. Also ich habe schon gesagt, mich hat jemand gefragt, mit welchem Sinn könntest du, also welchen Sinn würdest du am ehesten abgeben? Und ich habe gesagt, wahrscheinlich meine Augen, obwohl das eigentlich ganz arg ist, weil du gar nicht mehr siehst. Aber wenn ich nichts mehr hören könnte, wenn ich keine Musik mehr hören könnte oder wenn ich nichts mehr schmecken könnte, ich glaube, das wäre noch schlimmer. Also deshalb Ohren auf, Augen zu und die Musik genießen, die um einen herum ist. Liebe Caro, danke schön, das waren wunderschöne letzte Worte. Danke, dass du mein Gast warst. Sehr gerne. In Untold Country Stories und mit mir über Country Music, Caroline Athanasiadis und griechische Country Music gesprochen hast. Und Kostas. Und Kostas. Muss ich mir jetzt anhören, den Kostas. Muss ich mir anschauen jetzt, den Kostas. Genau. Danke, dass du mit mir über Kostas gesprochen hast. Und ihr da draußen, don't forget to listen to Three Chords and the Truth. Three Chords and the Truth. Das ist Country Music. Das ist Country Music. Untertitelung des ZDF, 2020